Hallo liebe Zuschauende, wir sind zurück bei BattleBlock Theater, haben die erste Welt hinter uns gebracht und befinden uns jetzt in Kapitel 2 oder Level 2 und werden die Geschichte von Hattie und seinem, man weiß es nicht, Verrat an seinen Freunden. Vielleicht ist der Hut schuld? Weiter verfolgen. Es ist der Hut schuld. Sorry für den Spoiler. Aber jetzt kommt meine Theorie, vielleicht weckt der Hut ja nur bereits vorhandene Gefühle, vielleicht verstärkt er negative Charakterzüge, die schon lange in Hattie ruten. Vielleicht ist das auch alles nur eine Halluzination. Das ist natürlich immer eine Option. Ja, aber da diese Geschichte bislang aber so intensiv erzählt wurde, glaube ich nicht, dass sie sich auf so ein billiges Spielchen einlassen. Eben, das glaube ich auch nicht. Jetzt habe ich auch einen Nerd. Nein! Ich habe einen Düben mit dem Mund offen. Das ist was. Erzähl mir noch keinen. Ah! Guck dir das an. Da freut sich aber jemand. So, gebe ich jetzt auch Wollknollen. Jetzt habe ich auch einen Frosch bekommen. Haben wir jetzt beide den Frosch? So, jetzt. Geil, die kann man fernzünden. Kann man das? Die zünden sich, wenn die irgendwas bekommen. Die laufen sogar Wände. Sobald sie etwas berühren. Ja. Oh, die gehen auch gegenseitig. Da können wir keine Kompens machen. Lass mal hier. Eins, zwei, drei. Oh! Oh! Oh nein! Oh nein, was machen wir jetzt? Schnell weg, schnell weg, schnell weg! So. Chapter 2. Die Flasche gefallen mir. Ich werde aber erst mal bei der Handkranade bleiben. Ja, das ist ein bisschen brutaler. Ja. So, was haben wir denn hier überhaupt? Neu introduced in diesem Chapter. Bewegende Luftdinger. Ach, das war alles so viel Spaß. Ich wusste, was er ist. Ich wusste, er ist. Ich wusste, er ist. Ich hatte es ganz selber gedrückt. So, okay. Komm, kriege ich den. Ups. Das ist auch fies. So. Nein. Ach, so, okay. Was war das? Geil, diese Frische. Ah. Oh, oh. Ähm, Moment. Vorsicht, das Gebot. So. Gab es hier links oben? Ja, das ist wohl Knäuel. Oh, ähm, ja, da komme ich mal zurück. Da komme ich auch was von. Ähm, so. So. Da habe ich auch was von. Das ist schön, dass du so denkst. Das muss man denken. In diesem Spiel. Nein. Schade. Oh, oh, da warst du schon. Okay. Ich bitte dich. Hätte ich mal vorher springen sollen. Oh, da hätte ich mich natürlich halten können. Wahrscheinlich schon, ja. Ja. Na komm, versuch es noch einmal. Nein. Ups. Ich bin ein Lach in der Kasten. Ah, springen. Ey! Ich glaube, das war noch nicht mehr beabsichtigt. Killing Spray. Wow. Hier. Ah! Verdammt. Was? Nein, äh, lass mal, lass mal weiter machen. Was ist das denn? Ah, ein großer Toast. Ein großer Toast greift mich an. Da. Oh. Hast du das gesehen? Hallo. Ich muss auch noch rüber. Noch ein großer Toast. Ich muss erst mal den Toast bekämpfen. Ja, komm. Oh, der Toast mich holt. Oh, ja. Äh. Oh, danke. Ich hab die Toast richtig gegrillt. Ne, du bist auch gegrillt. Oh. Ach, die können mich dann anzünden. Was ist das denn? Anscheinend. Oh, Laser. Nicht gut. Kann ich die kaputt machen? Mit letzter Kraft werfe ich diese Gnade nur, um selber in den Toast zurück. Fertig. Nice. Wie kein Zeitbonus oder was? Weiß man nicht. Ich sehe es das schon kommen. Hm, ich bezweifle jetzt immer wieder. Ah. Ganz knapp. Ganz knapp. Was, also, was, was bringt uns das? Kriegen wir extra Gems oder was, was kriegen wir dafür? Äh. Gute Frage. Ist das nur für Achievements? Ich glaube, wir kriegen sogar neues Volt neu. Soweit ich weiß. Ah, okay. Also schon, schon gut. Könnt's ja gleich mal probieren mit, äh. Mit 8, 1, Nummer 1, also mit 1. Wenn du löst hast. Oh, das ist, das ist eine Falle. Nicht drauf reinfallen. Ich wollte gucken, ob man da rechts irgendwie durch den unsichtbaren Gang gehen kann. Kann man übrigens nicht. Jetzt hatte ich ein Problem. Ah, nee, doch nicht. Oh. Ah. Du, du Kackwurst. Ah. Fuck. Das ist ein Volk neu. Nimm. Gut gemacht. Gut gemacht, Alex. Wirklich. Nicht schubsen. Nicht schubsen. Ja, und jetzt will ich ein Volk neu haben. Meine Fresse. Ach so, ja. Oh. Dies Problem war mir gar nicht bekannt. Nicht? Ah, du kriegst es, ne? Sehr gut gemacht. Also, ich hole jetzt hin. Wo ist der Hut? Wo ist der Hut? Ich hole mir den. Du hast keine Chance. Ist der zweite genommen. Ja. Ja, da ist der Hut. Nein. Nein, 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 nein. Fuck. Warte, nur nicht ein Ziel, oder? Hä? Ach nein, man kann ihn droppen. Ja, sicher. Was ist denn? Kann er noch töten. Ja, scheiße. Der ist jetzt natürlich... Ja, doch. Wir kriegen den noch. Moment. Nur die Ruhe. Ja, komm, hol ihn. Scheiße. Hast du ihn? Ich dachte aber, er ist ja verschwunden. Hä? Ich hatte ihn. Nein. Warum habe ich das denn nicht gesehen, dass ich ihn habe? Du glaubst ihn nicht. Doch, er ist doch nach meinem Hut erst hingejumpt. Nein! Danke. Nein. Ja, aber es ist nur fair. Es ist nur fair. Jetzt haben wir das Level aber echt scheiße abgeschlossen. Entschuldigung, aber fünf. Fünf von sieben. Perfect. Danke. Ja, sollen wir das nochmal machen? Äh, können wir? Nein, nein, wir machen... Nein. Komm, wir machen einfach nochmal weiter. Okay. Nicht mal hier runter. Oh, kein Problem. Kannst du nicht ruhig schubsen. Okay. Fick nochmal, ey. Ich brauche mich drauf. Ich schieße dich hoch. Fuck. Sehr gut. Danke. Weiter. Weiter so. So. Oh, nee. Ich weiß aber keine Absicht. Damn. Ich wollte wirklich das Ding zerstören. Okay, das ist nicht gut. Oh. Good thinking. Danke. Wow, du filmst hier echt die krassesten. Ja, es... Secret Passages. Ja. Oh. Da sollte man uns... Geh mal ein bisschen näher an den Rand. Du stellst dich doch extra absichtlich weg vom Rand. Nein, das ist gut so. Okay. Warum vertraust du mir denn nicht? Oh. Hast du das gesehen? Ja. Ich hab mir hier... Wie die Granaten, die noch gefickt hat? Wie heißt das nochmal im Jargon? Gravekill oder so? Äh. Das weiß ich nicht. Weißt du nicht? Oh, ich bin im Exit gelandet. Ist nicht gut. Keine Sorge, ich kümmere mich mal um alles. Ich komme mal hoch. Hol das Gem. Das brauchen wir nämlich noch. Das kriegen wir nicht, weil... Nein, hoffentlich war ich jetzt nicht gut da zu dir. Oh nein. Oh, jetzt muss das ganze Level nochmal durchgehen. Oder... Wir holen uns das Vollknoll. Moment. Ich hab's mir hoch. Sehr gut. Okay. Da ist noch ein Gem oben. Hä? Es gibt noch ein Gem ganz oben. Ja, wir können das Level nochmal machen. Jetzt mal hier rushen, ne? Können wir schon mal üben für die Speedruns. Ich seh schon ne, äh, großes, äh, boah, Battlebox-Speedrun-Karriere vor mir liegen, muss ich sagen. Ja, glaub ich. Nein! Reicht ja, wenn einer geht. Ja, das, äh... Ich schubste dich... Ey, ja, dann müsstest du das wüten. Was? Dann müsstest du das wüten. Nee, das reicht gar nicht, wenn einer geht, ne? Obwohl doch. Zeit läuft ja ab. Wow. Damn. Ja, okay. Okay, jetzt konzentrat. Ähm. Ich geh hierhin. Erstmal töten wir den, ne? So. Äh, ist da rechts überhaupt noch was? Ich glaube nicht, ne? Nee, da hab ich schon alles gehört. Ja, aber willst du mich unbedingt boxen, ne? Nein, ich wollte dich nach oben mit X schleudern, das geht aber nicht im Sprung. Nee, ich glaub nicht. Ich wollte dich echt nicht, äh, absichtlich boxen. Brilliant Collection! Ich dachte, das war richtig so. Ja, äh... Offensichtlich. Nein! Ach! Ach, ich dachte schon, ich wäre jetzt am Start wieder gewesen. Dann wäre die Zeit abgelaufen, ne? Oah! Was passiert, wenn die Zeit abläuft? Ich glaube, dann ist es einfach vorbei. Ähm, aber werde ich da nicht einfach mit teleportiert? Ja. Ich denke, das passiert dann, ja. Weil das ist ja auch in den normalen Zwischen-Stages und so. Ja, eben. Ach, wir kaufen uns was? Ich geh davon aus. Ach ja, du hast ja auf jeden Fall, äh... Ja, ich hab 19 natürlich. Irgendwo kosten die aber nicht mehr 10. Irgendwo kosten die mehr. So weit ich weiß. Ich hab ein. Ich hab ein. So einen rechteckigen. Oh! Äh, Daredevil. Und Jug. Ich hab auch Daredevil bekommen. Hä? Daredevil und Jug? Ja. So nenn ich sie jetzt mal. Ich glaube, ich hab auch Daredevil und Jug bekommen. Ja, ich hab ja auch deine beschrieben. Ach so! Oder das andere? Ich hab ja nur Geld für einen gehabt, weil ich ja... Ich hatte ja keinen Golden Rutsch. Ja, dann, äh... Wir lassen die Entscheidung jetzt dir. Möchtest du Daredevil oder Jug? Ich will natürlich gerne Daredevil. Daredevil, alles klar. Dann mach ich jetzt alles im Dünnflug. Aber jetzt hab ich die Zeit schon ablaufen lassen. Entscheid dich schnell. Ja, wieder back to classic. Ja. Gut. Ich seh ich nicht. Die Leute brauchen ja Continuity. Ich seh gar nichts. Du schaffst das schon. Du musst es spüren. Das ist ein kleines Widget. Wenn ich dieses Ding gehabt, dann kann ich auch ne Blutnik sehen. Also ich mach jetzt alles blind. Für die Zuschauer. Ja, ich spüre das hier oben. Was ist passiert? Ich weiß es nicht. Aber ich glaube hier oben ist was. Ein Feind hat uns angegriffen. Bin ich richtig? Guck mal, ich hab mir hier direkt gedacht, dass man... Ach, ich schau einfach alles in diesem Spiel. Oh, ist das da oben? Oh, ein Ding um. Das kann man nicht luchschieben. Sehr gut. Aber brauchen wir anscheinend nicht. Oder? Doch, nee, das Teil brauchen wir nicht. Wir müssen mit den Wolkenteilen da rüberfahren. Du bist aus dem Gottesdach gespawnt. Oh, hier. Oh, das hab ich immer sehr scheiße da passiert. Ach, komm. Ich geh weiter. Ja, mach das. Die Wolke hat mich grad ein bisschen verarscht. Ich würd dich nie verarschen. Das weiß ich doch. Ich hab mir das nicht geschafft. Gutes will ich nicht mit dem Zähnmodisch sein. Auf den bin ich ja auch noch sehr gespannt. Ja, ein Tod ist vorbei, ne? So ist es dann. Ich hab noch nicht für eine Animation dafür verwendet. Granaten sind gefährlich. Ja, das stimmt. Mach mal lieber die Krabbe hier kaputt. Ja, ich bin zu früh. Sollen wir irgendwie hier mal rechts hochgehen? Ja, jetzt bin ich aber schon hier links hoch. Ja, aber da geht's jetzt um Exit. Sicher? Ja. Ja, tatsächlich. Aber, ja gut. Dann lass mal hier hochgehen. Zu dir. Schubst mich hoch. Also spring, Mann. Nee, ich bin so faul für. Ah, ich warte. Komm her. Ich bin mal nett jetzt. Das freut mich. Oh, du bist aber auch nett. Mensch, warte. Was ist hier los? Ein super Meat Boy-esk. Super Level. Was ist das? Ich wusste gar nicht, dass sowas existiert. Geil. Da ist ein Wolf-Loi. Da ist ein Wolf-Loi. Ich hab den Wolf-Loi bekommen. Nice. Ich versuch hier doch den... Ich glaub, wir haben alle Gems, oder? Jo. Nice. Uh, uh. Äh. Äh. Jetzt keinen Druck. Die Musik ist so geil. Nice. So, hab's noch bekommen. Sehr gut. Ja, geil. Oh, was? Haben wir jetzt das Hauptding gar nicht abgeschlossen? Nein, nein, nein. Wir haben ein Zeitmodus bekommen. Geil. Plus zwei Gems. Ach, dafür geben wir zwei Gems extra. Nice. Aber jetzt haben wir das andere nicht richtig abgeschlossen. Aber anscheinend reicht das ja. Ja, aber wir haben es ja nicht. Da ist Volken, oder haben wir da noch nicht geholt da drin? Ach, schau mal. Guck mal, wenn wir hier drüber hovern, dann können wir sehen, äh, mit was für einem Rang wir abgeschlossen haben. A. B. Ah, ja. A. Hier haben wir dann wohl Ablos. Ja, da sind wir noch bei... Moment. Was ist da? Hier hatten wir nur B. Und hier haben wir in Rot. In dem Special-Ding, das haben wir noch nicht gemacht. Deswegen ist er Rot. Tja, anscheinend reicht das schon. Oder sollen wir es nochmal machen? Ja. Wir haben da garantiert noch nicht alle. Okay. Gute Idee. So. So, also. Wir sind aber volle Konzentration. Au. Buh. Gar nicht gesehen, dass da... Okay. Jetzt muss ich erwarten. Geil, ich töte mich. Guck ich zu dir, ne? Hoffen wir es mal. Ja, sicher. Scheiße. Ja, keine Sorge. Ich, äh... Ich carry dich. Oh nein. Nein! Oh. 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 Sehr gut. War's. Ich will das tragen. Gut, dann müssen wir da oben wahrscheinlich hin, ne? Äh, oben haben wir alles gemacht. Jetzt müssen wir hier noch landes Volk neu holen. Ah. Genau so wollte ich das. Oh. Okay, der Frosch kann nicht durch Wasser. Das ist gut. Das ist gut zu wissen. Oh. Was? Voll am eigenen Hals aufgespieß. Sieht aber sehr schön aus. Ja, finde ich auch. Ja, lass uns das mal hochheben, oder? Dann kann man nach oben gehen und das Ding da unten holen. So, bitteschön. Ach, das ist halt zu nett. Ist das hier ein Teleporter? Ne. Ach, das ist so ein Kletterding. Ja. Oh. Sehr schön. Aber ich glaube, wir haben die alle bekommen. Ja. Vorher hat es grün geleuchtet. Ja, es hat grün geleuchtet, klar. Ähm. Ich glaube nicht. Oh, oh. Es gab sieben, scheiße. Ich glaube, wir haben nur sechs, oder? Egal. Wir sind trotzdem mit dem Auge. Ja, okay. Aber keine Ahnung. Ja, wir müssen diese Folge jetzt auch beenden. Den neuen. Wir überziehen wieder. Und wir wollen ja den nachfolgenden Programmen eine Chance lassen. Wollen wir das? Deshalb danke fürs Zusehen. Wir sehen uns dann in der nächsten Woche wieder. Also Alex und ich treffen uns nächste Woche nochmal. Und dann machen wir die fünfte Folge. Bis dann. Richtig. Tschö.